Ja meine Freunde, heute mal was ganz anderes. Einmal Baggermulcher. Naja, wenn es richtig interessant wird, hole ich euch noch mal dazu. Erstmal schaut euch das Ding an. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich hole es mal ein bisschen höher. So ein Ding. Naja, normal mulch ich so. Kann man noch so kippen. Aber wie gesagt, ich hole euch dann gleich wieder dazu. Erstmal tschüss. Tschüss. So, geht's. Jetzt war ruhig steil. Ich habe besser geklappt als gedacht. Huch, Mann. Na dann wollen wir mal loslegen. Ich habe die Vorgangsstelle hier. Freimulchen. Ja, das war das interessanteste. Außerdem ist der Akku jetzt leer. So, tschüss für diese Woche. Und denkt vielleicht dran, mich zu abonnieren. Oder zumindest einen Daumen hoch. Okay, tschüss. Ja, da sind meine Kollegen festgekommen. Ja, da sind die Vorgangsstelle hier. Ja, da sind die Vorgangsstelle. Ich bin der Vorgangstelle. Ich bin der Vorgangstelle. Ich bin der Vorgangstelle hier. Ich bin der Vorgangstelle. Ich bin der Vorgangstelle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020